Die Aargauer Regierung mit dem Soundtrack zum Leben, exklusiv bei Radio Albuvia, jetzt mit dem Regierungsrat, Urs Hofmann. Lotto, Toto, los, Tombo, einarmige Bandit, Pferden rennen. Viele von uns versuchen ihr Glück, um neben dem Lohn für harte Arbeit auch noch einen Zustopf überzukommen. Bei den Pferden rennen, so auch wieder die letzten beiden Sonntagen in Zarau, braucht es neben Glück auch noch eine Rostkenntnis. Beim Lotto sind allerdings auch die ausklügelten Systeme kaum einen sicheren Weg zum grossen Geld. Und bei den Tombola und den Glücksspielautowaten weiss man wenigstens, dass man nichts dafür kann, wenn man das Geld verliert, ausser dass man es überhaupt eingesetzt hat. Als Junge bin ich immer gerne in die Lotto gegangen, habe in den Ferien im Tessin einem einarmigen Bandit mein Spiriengeld verbraucht oder im Sportauto auf dem Vater seinem Zettel eine Kolonne ausgefüllt. Wenn ich etwa einmal etwas gewonnen habe, reich bin ich mit meinen Einsätzen nie geworden. Immerhin, besonders in Erinnerung geblieben ist mir, als ich vor mehr als 40 Jahren einmal im Schachen in Zarau auf das richtige Rost gesetzt habe. Ich habe 70 Franken gewonnen, für mich dort ein halbes Vermögen. Und mit diesem Geld habe ich mir meinen grossen Wunsch erfüllt. Ein Käfig und zwei Hamster. Doch schon am ersten Morgen, nachdem ich stolzer Hamsterbesitzer war, kamen auf die Freude in grossen Tränen. Beide Hamster sind völlig ineinander verbissen, tot in ihrem Käfig gelegen. Offenbar haben sie das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Ich habe einen Hamsterkenner im bekannter Kreis. Das brutale Ende hat sogar damit erklärt, dass die Zoohandlung mir wahrscheinlich zwei Weibli, statt ein Pärchen verkauft habe. Wie auch immer, mit den Hamstern habe ich auf das falsche Rost gesetzt. Und was ist die Moral dieser Geschichte? Auf den Gewinnen kommt häufig rasch auch der Verdross. Das ist im Leben so und auch beim Spielen. Und gerade darum sind beide so spannend. Der Regierungsrat, Urs Hoffmann, exklusiv bei Radio Algovia.